ARD Text im Auftrag von Funk Ich find, ich find ein Rifle, find ich die noch mal krasser Echt? Ja Ja ok die ist echt voll krass, aber schon auf Nahkampf auch ziemlich Ich würd sogar sagen schon fast so gut wie die Shotgun Ja du musst einfach nur mal ein Headshot gehen, das ist vorbei Ja das stimmt Egal auf welcher Distanz Das stimmt Ja und ach ja und damit herzlich willkommen zu TTT Wieder mit allen drei anderen Mongos Ja genau und übrigens was mir gerade eingefallen ist Was mir irgendwie vorher nie eingefallen ist Wenn ihr Bock habt mit uns TTT zu talken dann ja Einfach mal anschreiben Vielleicht macht sich da was draus Mit Headshot Ja mit AK Mikro Ja genau mit Mikro Es muss DS vorhanden sein und ihr solltet schon so in unserem Alter sein Ja Und mindestens 20 cm Schwanzgut Nein Und übrigens edit uns auf Skype und dann können wir da alles mehr klären Das steht alles in der Videobeschreibung also Jo Entweder mich oder Erik anschreiben dann kann man das mal Jo Das stimmt Heyo Inno Ne ohne Scheiß Ich habe Du warst also einfachا The so brainFK stehen geblieben Und ich war hinter dem Ich hab ehm... ...langestell wieder. Und deswegen... Wo? Wo? Sven hat auch geschossen, oder? Ja, ich hab auf so'n Teil geschossen. Ah, okay. LOL, ist der gestorben? Ist der tot? Weiß ich, ne, glaub nicht. Ich hör... Warte mal. Jetzt piep was, hier piep was, piep was, piep was. Weg da. Weg hier, weg hier. Das ist bestimmt wie der Jens die Nutze. Ja, glaub ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, bei mir ist überall piept, Alter. Das ist entweder Jens oder Manni. Oh, mir ist es bei euch. Ping. Nee, das stimmt nicht. Manfred... Ich war gerade bei Manfred. Die Bombe war unter dem Elevator. Ja, Manni ist ja grad runtergesprungen und seitdem piepst er. Nee, aber das Piepen war schon schneller. Das Piepen war schon schneller. Das war nicht so das Anfangsding. Zuerst ist es, ne? Oder Jens. Oder Eric. Jetzt kann er für jeder sein. Zuerst ist es, oder Eric. Jetzt kann er für jeder sein, scheiße. Ups. Wieso trinken wir eigentlich mal an? Alter, ich bin... Ich bin fast zu der Bombe. Ich hab zu viel Leben abbekommen. Ich glaub... Ey, Sven. Ja, bitte. Ich glaub, Manfred ist echt... Manfred schießt mich ab. Manfred schießt mich ab. Ja. Wer ist geschoben? Jens. Oh, schade. Weil Manfred ist neben der Bombe gestanden und hat kein Damage bekommen. Hinter mir stand einer. Ich hab plötzlich das Reaktion auf Eric geschossen. Und dann hat er mir selber eingegeben. Wenn ich um die Ecke gegangen hab ich Jens wieder abgeschmarrt. Eric, fahr mal schnell runter. Fahr mal wieder runter. Schnell. Ey, wo sind wir? Ich kann nicht! Nein! Wie sie... Nein! Ich hab so schön mich plattgemacht. So, so, so. Dann steht hier unten plötzlich wieder plattgemacht. Oh, der ist tot. Hehehehe. Nein! Ah, nein! Was sollst du denn machen? Ich wollte zerquetscht werden. Oh, das? Das gefällt mir auch. Hab ich gehört. Darauf steht Jens, oder? Was? Darauf stehst du? Fragzeichen, oder? Oh, ja. Oh, du siehst mich! Oh! 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 Oh, Manni! Oh, Manni! Wenn ich nur bin, ist Eric... Manni, geh weg von mir. Ich töte deine Familie. Wirklich? Ich töte deine Familie. Was hat denn deine Familie mit dem Spiel zu tun, Alter? Weiß nicht... So... Ja, Manni! Schieß auf mich! Das hier in der Nähe ist... Du hast meine Familie beleidigt, dafür musst du leiden. Ah, Ja, dann? Hab ich gesagt! Wo bist du quasi? Das war bei mir in der Nähe. Ja, bei mir auch. Irgendwo hier in diesem Gang da, in diesem pinken Gang, den ich hier habe. Irgendwo hier. Loy. Wer ist das? Ah, nee! Sorry, sorry. Ich hab deinen Namen nicht gesehen. Oh, macht nix. Boah, Alter. Wäre ich stehen geblieben, da hättest du mir voll den Headshot gegeben, bestimmt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? Oh, Mann. Ja, Manfred, wo bist du? Ein Clan. Ach, komm, jetzt mal. Erik, bist du das, der mit dem Aufzug fährt? Jo, jo, ich geh runter. Ah, schade. Ach so, ist das also auch schade. Ich reich dir also nicht mehr, ja? Ich hab gedacht, dass wir... F*** dich! Hier ist er! Noll. Alter, das war voll Dingens. Ich hab mich voll erschrocken und direkt den Headshot. Keine Chance mehr gehabt. Keine Reflexe, früher. So schnell zu reagieren. Sven, Sven. Sven, guck mal bitte ganz nach oben. Also mit der Maus noch ganz oben, dann nimmst du, siehst du ja deinen Namen, deinen eigenen Namen. Voll geil. Lör, du drehst sie? Ja. Ja, ja, wenn du nach oben guckst, einfach mit der Waffe so nach ganz oben, dann siehst du deinen Namen. Ja, aber ich bin grad tot. Ach, du bist tot? Werdet schon getötet. Ja, ich bin in die Lava gesprungen, als das Spiel vorbei war. Ach so, ja, wenn du nach oben guckst, dann siehst du deinen Namen, außer wenn du mit dem Spiel bist, dann nicht. Ey, ich hab ne Rifle. Voll geil. Neeein. Ja, aber ich will nicht. Hier, kannst du haben. Hier. Hier kannst du haben. Ich mag doch irgendwie Shotgun mehr, ein bisschen. Ich sag mir, klappt das nicht, als ob so irgendein Fail bei mir ist. Guck doch mal deine Tastenbelegung, Alter. Und währenddessen knallen wir dich ab, keine Angst. Ja, ich weiß nicht, wo steht das denn? Innocent. Oh, Alter, nur innocent die ganze Zeit, das ist aber scheiße. Oh mein Gott, das ist so dangerous. Fuck, Alter, warum bin ich denn die ganze Zeit innocent? Das ist aber scheiße. Und dann nabba, say nabba. Wer ist da vorne? Wer ist das? Ach, jetzt. Haben wir uns gerade eben schon gesehen? Nein, wir haben drissen uns immer wieder. Robo. Wer schießt da? Jens? Eric schießt! Scheiße, Alter, ich hab die Bramische Theorie getestet. Fuck. Ja, Jens, Alter, Mann. Warum fragst du denn nach? Halt mal dein Maul, du. Er war Inno. Ich glaub, Sven ist es. Du bist es, Digga. Ah, nee, du kannst es nicht sein. Natürlich kann es sein. Nee, Oliver, du kannst es gar nicht sein. Ja, ich bin es echt nicht, Manfred. Glaube mir, da ist Sven. Ja, Jens, gehst du mit Duna. Oh, da dachtest du, Sven, ich seh dich nicht, oder was? Oh, lol. Ah, zwei Nacken. Was? Manfred, du Hure. Ich hab doch gesagt, ich bin es nicht. Der setzt nicht einen Schuss richtig. Kann nichts machen. Ohne Witz, ich kann nichts machen. Ja, sorry, Jens, aber... Wie kann man da gar nicht durch? Sven hat da unter dieses Ding geschossen. Sven hat geschossen, halt, und du hast sie nachgefragt, und ich wollte die Bräumische Theorie testen. Kann man nicht, du schießt Metall da, du schießt Metallgitter schießen. Nee, kann man nicht. Doch, du warst einfach nur zu schlecht. Nee, kann man aber nicht. Ich hab die ganze Zeit getroffen, ich schwör auf alles, Alter. Voll geil. Die ganze Zeit, Alter. Kannst du das sehen? Ich bin jetzt in der geile Kiste. Da, ja! Voll geil. Komm schon, bewegt dich! Nein! Die haben sich wieder getötet. Ich mag die M16 nicht mehr haben. Die ist einfach scheiße, ich mag die nicht. Die ist echt scheiße. Aber du kannst mit keiner Waffe töten. Ja, aber die M16 ist echt scheiße. Damit hab ich letztens Jens getötet. Die hab ich auch schon mal getötet, aber ich mag die einfach nicht. Ah, gut. Ich hoffe, ich werde jetzt mal Traitor, Alter. Ich bin kaum Traitor. Will die auch? Wie, Ben. Will die auch? Ey, Ben. Warum geht das nicht? Es geht jetzt, wenn die Preparing-Zeit vorbei ist. So, done. Wer ist das hinter dir, Sven? Innocent übrigens, nochmal, ne? Falls niemand gehört hat oder so. Alter, Alter. Ja, ich geh weg, ich geh weg. Schön, nicht in der Mitte sein. Ey, ich geh doch weg, Junge. Wo seid ihr? Ihr... Ich schwör, ich hab voll... Ich hab voll Paar. Ich hab jede Sekunde immer hinter mir, Alter. Oh my God. Das ist Mami so voll schrocken. Oh, wie klappt das hier? Ganz gut, Ben, Mami. Ganz gut. Oh! Ganz gut, Ben. Mami. Ach, so geht das, Alter. Wer schießt da? Mami, siehst du das? Bitte hör auf, immer das zu... Das immer zu fragen. Ja, ohne Scheiß. Verknallst du. Wir hätten da geschossen, jetzt mal ernsthaft. Ich war das. Ich war das. Ich war das. Guck mal, was kaputt geht. Und da ist irgendeiner gestorben. Ich glaub, das war Eric und Jens hat den getötet. Ja, bist du da ganz sicher, Sven? Ah, okay. Warum haust du ab, Sven? Alles klar. Hä? Warum haust du ab? Du warst gestern bei Manfred. Du warst gestern bei Manfred. Du warst bei Manfred. Das ist verdächtig. Das ist gelogen. Doch, du warst bei Manfred mit dieser... Bei der Lava. Bei der Lava. Ja, aber ich stehe aber hinterher. Manfred, du bist tot. Hältst den Maul, Manfred, du bist tot. Ich bin am snacken. Ich rede gar nicht. Ich bin am snacken. Ey, Sven, sag dir mal bitte, dass er seinen Maul hat. Auf jeden Fall ist einer abgehauen. Auf jeden Fall einer ist abgehauen, als ich ihn... Aber ich konnte leider nicht sehen, wer es war. Auf jeden Fall... Ohne Spaß. Ich war da, wo ich ihm das Fass in die Luft gejagt habe. Ich glaube, du bist das, Alter. Ich bin es nicht. Ich bin innocent. Da. Da läuft er wieder rum, oder nicht? Halt bei euch. Oder? Ne, das war er nicht. Ich bin hinter dir, ne? What the fuck. Okay, guck. Also, warte. Ich knall dich nicht ab. Guck mal, warte. Ich leg meine Waffe gerne weg, wenn du willst. Oh Gott, ne. Lieber nicht. Ey, bitte. Bitte tu mir nichts. Auf jeden Fall. Aber ja, guck. Guck, dahinten liegt Manfred in der Ecke, ne? Dahinten liegt Manfred in der Ecke. Als ich dann so gelaufen bin, habe ich gesehen, wie jemand nach links verschwunden ist. Und da dachte ich so, okay, da lauf ich ihn mit her, aber ich konnte ihn halt nicht identifizieren. Als ich hier eben in der Mitte stand. Lol. Da wollte ich aber nicht haben. Ja. Als ich eben in der Mitte stand. Bist du nach da und dann bin ich hinter dir her und bin dann hinter links. Leise, leise, leise. Ja, Bombe piept, 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 piept. Jens kriegt den Lüftungsschacht. Also, da hinten. Ich habe über dich geschossen, extra da hinten. Keine Angst. Jens ist im Lüftungsschacht. Echt? Ja, komm dann hier lang, da kann man ihn am besten holen. Ich habe irgendwie trotzdem voll Angst vor dir. Ja, ich irgendwie auch vor dir. Also, ich laufe jetzt zwar vor, aber ganz ehrlich. Oh mein Gott. Warte, lass mich vorgehen. Lass einfach ausschwärmen. Ich dachte, die hätte euch erschrocken. Wo bist du, du Hohen? Die Bombe explodiert jetzt gleich. Oh Gott, ich bin hier direkt hier wieder. Oh scheiße. Oh Gott, zum Glück nichts passiert. Wo ist die explodiert? Ähm. Ach da, wir hätten die entschärft. Ja, aber das ist voll die Dingens. Ähm. Was gerade die Aktion, weißt du, wo wir noch nicht waren? Wir waren hier noch nicht. Ich glaube, oh Gott damn it. Fuck. Ja, okay. Das tut mal gut, uns gegenseitig zu vertrauen. Das ist, das ist gut für unsere Freundschaft. TTT, Hashtag TTT ist ja schon Freundschaft. Das ist einfach gut für unsere Freundschaft, Sven, weil wenn wir uns da trauen, dann verstehen wir uns so gut, weißt du? Und wenn wir dann logisch denken, dann, äh, das ist einfach gut, Junge. Das tut gut im Herzen. Wenn wir beide in uns sind, dann sind wir einfach ein Green Team. Boah, das stimmt einfach. Ja, wie heißt das, wenn man eine Waffe aufhebt, in dem, äh, Tastending da, bei der Steuerung. Weiß ich nicht. Droppe, meine Waffe. Irgendwie droppe mir kaum einer, immer so, ach Jens ist es, Jens ist es, mir knallt Jens und der sagt, ja, warum immer? Ja, warum nur, weil ich sexy bin. Nein, ach so, ich wollte die Job ziehen. Oh, jetzt ist das gleiche. Wer ist das überhaupt? Ach, Jensi, du. Ich spüre, Alter, wenn du mich wieder als erst wieder töten, Alter, hast du es dein Leben. Warum soll ich das denn tun? Jensi, warte, warte auf mich, Jensi. Fick dich, ich verpiss dich von mir, Alter. Boah, Alter, ganz ehrlich, ich bin nicht einmal auf dieser fucking Map innocent geworden, das richtig so oft. Alter, hau ab, Mann. Ey, Mann, Jensi, ne. Ey, ich glaube, Eric, du hast gerade richtig verdächtig gemacht, ne? Warum denn? Scheiße. Ja, weißt du, wir hoffen nicht schon rummecker die ganze Zeit. Das ist doch voll scheiße. Oh, Manni, oh, mein Gott, Manni, verpiss dich von mir. Das ist gerade irgendwie richtig auffällig. Gut. Oh, ich habe einen kleinen Kampf bekommen, einen kleinen Tinger. Oh, nein, das waren alle hier. Oh, mein fucking Gott, wo kommt ihr eigentlich her? Jensi, kommt er aber noch. Ich habe einen kleinen Fehler bekommen, äh, kleinen Kampf bekommen. Leute, ich bin, ich bin, ich bin weg, tatsächlich. Ich bin weg, Manni, ich bin zu riskant. Ich fühl's dich aus, Alter. Ich habe sowieso nur sechs Punkte, jemand, eine Granate, glaube ich, geworfen. Wer war das? Ich glaube, Manni war das. Ich habe eine Discom geworfen, das ist nichts Schlimmes. Okay, dann machst du das, okay. Ich bin nur, ich wäre fast nur ein Lava reinflogen. Warte, warte, sag mal bitte leise. Uiuiui, wie komme ich denn hier weg? Nein! Oh, fuck, ey. Das war knapp. Nein! Oh, Gott. Ich kenne es auch, das ist eine Smoke. Alter! Das ist nur eine Smoke. Ach, Gott, okay, gut, ich bin hier weg. Wer schießt auf mich? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Manni war das. Ich weiß nicht, Alter, wen soll ich denn verbrauchen? Für mich ist Manni Killer onside. Nein. Jo. Geh weg von mir. Du schießt auf mich einfach. Ja, weil ich dachte, du wärst Traitor. Jens, ich bin hinter dir. Was sagt, Lapp? Hilfe, war ja nicht Traitor. Alter, wer schießt denn alles? Holy fucking off mother. Hey, Jens, bist du das oder Jens? Ich schwöre, ich bin es nicht. Ich töte Jens, wenn du willst. Ich bin fast tot, Alter. Was wirst du von mir? Ich schwöre, ich bin es nicht. Hey! Was ist los, Sven? Oh, das war gut. Alter, das war richtig gut gespielt von mir. Einfach die anderen sich töten lassen. Das war richtig nice. Boah, ich halte mein Eis nicht offen. Ich setze mich dahin und gebe dir einen Headshot. Ja, ich wusste schon irgendwie, dass du das machst. Du schießt auf mich. Ganz ehrlich, ich dachte, ich dachte schon. Ich dachte, so lassen wir die doch mal einfach machen, Alter. Und dann stimmt das auch noch und ihr bringt euch alle um. Alter, wie geil. Wie viel live hattest du noch? 50 jetzt. Ah, okay. Du hast mir die Hälfte gezogen. Ich hatte die ganze Zeit voll. Schön, dass ich mal Traitor war jetzt. Oh, ich habe vor allem im Kampf bekommen, gleich wieder gerade. Wie meine Vermutung einfach richtig war. Am Anfang. Ja, du regst dich irgendwie so krass auf. Das macht die Vollvertechnung, dass ich einfach abschlachten soll, Alter. Nee, finde ich aber nicht so geil, Sven. Das ist total... Manni, Alter. Das war ja auch eine gegründete Kill. Oh, mein Gott, Alter. Okay, doch, nicht wirklich. Ja, aber... Wir sind alle hier unten, ey. Wir sind echt alle hier unten? Wenn ich tot bin, ist es Jens. Ich bin in der Nähe. Die hätte man aber auch wirklich anheben können. Weil du warst die ganze Zeit weg. Das heißt, nur als keinem Schaden. Wo ist überhaupt das Fahrschuldding da? Ah, Mann. Okay, du drehst dich weg. Ich gehe hoch. Das ist fair. Okay, okay, tschüss. Ich komme immer mit dem Fahrstuhl. Kommt da runter. Das ist Sven. Erstmal weg. Leute, ich komme hier nicht weg. Wir sind überall Eros. Wenn ich tot bin, ist es Sven. Wenn ich tot bin, ist es Sven. Wenn ich tot bin, ist es Erik. Und wenn ich noch lebe, dann bin ich es nicht. Und wenn ich hübsch bin, bin ich hübsch. Ich bin hübsch. Hey Leute, Leute. Nur noch die Runde, dann muss ich aufhören. Okay. Weil ist gerade ein bisschen irgendwas unten wieder los. Hello, send him my door. Was ist denn los da? Spielen Jens, Manni und ich einfach weiter. Ja, könnt ihr machen. Mehr bleibt aber gleich, ne? Wo seid denn ihr alle? Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich sehe tote Erdung. Ich weiß gerade gar nicht, wo ihr da seid. Ich bin free kill, Alter. Free kill. Der Traitor kann mich ruhig töten. Warum denn? Der B-118 live. Aua. Da schießt jemand. Manni, Manni. Manni, Manni. Manni, Manni. Oh fuck. So geil. Das ist so geil. Fuck, Alter. Das war Reflex. Mein Reflex ist tödlich. Scheiße. Oh, scheiße. Okay, Sven ist schon mal tot. Das war es jetzt. Na, das ist klar. Mein Gott. Das war so. Mein tödlich Reflex, Alter. Ich guck so, ich so, äh, okay. Und plötzlich, what the fuck, Alter. Dann flitzt du nicht. Ah, ja, einen Moment. Lütze kurz. Ja. Oh mein Gott. Ah, ich glaube, ich brauch ne neue Niere. Ja, ich schloss der Coinschir, oder? Ja, ich schloss der Coinschir. Krass, der Reflex, Alter, von mir. YOLO. Okay, Leute, das war's dann mit dieser Folge mal wieder von TTT-Bolder. Da unten geht wieder die Party ab mit meinem Vater. Egal, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.